Mit diesem Bild sorgt Mitchell Weiser im Netz für Schlagzeilen. Am Montag postet der Spieler des FC Bayern ein Bild, in dem er und David Alaba im Tanga zu sehen sind. Ein neuer Trend auf Instagram beschert dem Netz diese ungeahnten Einblicke. Unter dem Hashtag Photo I Would Never Post sollen User sozialer Netze Bilder posten, die sie sonst unter keinen Umständen posten würden. Mitchell Weiser wurde von seinem Teamkollegen aus Österreich nominiert und der revanchierte sich mit einem Foto im Ländenschutz. Doch offenbar wird dem 21-Jährigen das Foto zu brisant und von Montag auf Dienstag löscht er das Bild wieder. Die Bayern-Fans sind über das freizügige Foto geteilter Meinung. Hier im String-Tanga ist schon ein bisschen krass, finde ich, aber ganz lustig. Also ich würde es jetzt für ein No-Go finden, weil das ja eigentlich monatliche Stars sind, kriegen eigentlich Geld für Fußballspielen und nicht, dass sie irgendwie Bilder oder sonst irgendwas ins Internet reinstellen. Momentaufnahme, genau so sehe ich das. Und hinterher kam dann das Gewissen, oh mein Gott, wir stehen ja nicht alleine hier im Netz. Wir sind ja schon bekannt, gell. Also in dem Alter, wie so jung, wie die sind, kann man schon mal machen. Ist halt ein bisschen Spaß. Die einen sagen ja, die anderen sagen, es geht gar nicht. Ja gut, für die Frauen ist natürlich was Schöneres gewesen. Aber jetzt für mich auch selber wäre es wahrscheinlich auch ein Ansporn, da ich jetzt auch nicht so momentan wirklich in Figur bin. Aber ich selber hätte es dann auch wieder entfernt, falls ich es reingestellt hätte. Mittlerweile hat sich Mitchell Weiser für das Bild entschuldigt. Ich bin jung, ich mache Fehler. Ich werde daraus lernen, teilt der Defensivspieler über Twitter mit.